Hallo, ich bin es Danny vom Ersatzteilshop. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem Ecovacs Debot De5 den Akku austauschen könnt. Manchmal ist das nötig, wenn das Gerät etwas älter wird, dann kann es sein, dass der Akku nachlässt. Das merkt man meistens daran, dass das Gerät dann nicht mehr die volle Kapazität besitzt, also nicht mehr ganz so lange läuft. Wenn ihr nun den Akku austauschen wollt, öffnet zuerst eure Abdeckung, schaltet das Gerät aus oder vielmehr stellt sicher, dass das Gerät auch ausgeschalten ist. Danach dreht ihr euren Staubsauger herum, entfernt am besten zuerst diese beiden Bürsten. Dazu nehmt ihr einen Schraubendreher, hebelt etwas unter die Bürste und danach kann man die abnehmen. Diese Bürsten legt ihr euch zur Seite, danach entfernt ihr diese Schmutzlippe oder manchmal ist auch hier die mittlere Bürste, die ist nur eingerastet. Dann drückt ihr diese beiden Rastnasen nach vorn und könnt dann diese Abdeckung entnehmen. Nun nehmen wir einen Kreuzschlitzschraubendreher und lösen noch diese beiden Schrauben. Achtet bitte bei den kleinen Schrauben darauf, dass die nicht verloren gehen. Dann habt ihr diese beiden Schrauben gelöst, könnt ihr diese Abdeckung etwas nach oben klappen. Manchmal ist es da sinnvoll, dass man hier mit einem Schlitzschraubendreher etwas herunterhebelt, gerade wenn das Gerät schon ein paar Tage älter ist. Und dann kann man diese Abdeckung entfernen. Die ist an den Ladekontakten mit diesen beiden Nasen untergeschoben und hält dadurch. Und wenn wir die Abdeckung entfernt haben, sehen wir hier schon den Akkublock. Den könnt ihr dann nach oben herausnehmen. Wenn ihr den Akkublock herausgenommen habt, seht ihr hier unten den Steckkontakt. Den könnt ihr dann einfach vorsichtig nach oben wegziehen und der Akku ist entfernt. Und in umgekehrter Reihenfolge baut ihr dann den neuen Akku ein. Zuerst den Steckkontakt wieder aufstecken. Den setzt ihr am besten etwas auf und drückt ihn dann mit einem Schlitzschraubendreher in den Kontakt hinein. Achtet aber bitte darauf, dass ihr dabei die Kabel nicht beschädigt. Ist das eingesetzt, dann legt ihr euch die Kabel hier etwas in die Seite, in die Aussparung hinein, damit ihr keinen Kabelbruch verursacht. Dann setzt ihr den Akku ein und schiebt ihn nach unten. Als nächstes kommt dann wieder die Abdeckung drauf. Wie gesagt, mit diesen beiden Rastnasen unter die beiden Ladekontakte. Und danach setzt man sie nach unten und schraubt sie mit den beiden Schrauben wiederum fest. Habt ihr diese Abdeckung befestigt, nehmt ihr wieder entweder eure Mittelbürste. Ihr könnt das vorher hier noch etwas sauber machen. Oder diese Aufnahme und rastet sie wieder in das Gerät hinein. Und zu guter Letzt kommen dann einfach wieder die seitlichen Bürsten drauf. Auch die werden nur eingerastet, sodass man ein Klicken hört. Wenn wir euch mit diesem Video helfen konnten, würde es uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt und uns bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk.